Hi, hier ist der Audifon Session und ich stehe hier in der Frankfurter Filiale direkt im Gitarrenmeer. Und heute soll es natürlich mal darum gehen, wie suche ich mir eigentlich meine E-Gitarre aus? Gerade wenn man hier die Treppe hochkommt und das erste Mal unser ganzes Gitarrenmeer sieht. Ich wüsste nicht, wie ich mir eine Gitarre aussuche, außer es gibt vielleicht ein paar Tipps. Das heißt heute unser Video E-Gitarre, aber welche? Und dafür habe ich mir erst mal fünf Vertreter ausgesucht. Zwei davon halte ich schon mal aus der Ferne nach oben. Jetzt live in einem Video. Zwei davon halte ich schon mal aus der Ferne nach oben. Musik Jo, E-Gitarre, aber welche? Das ist eigentlich mal eine Idee, oder? Welche E-Gitarre brauche ich überhaupt, um Gitarre spielen anzufangen? Und heute fange ich wirklich mal an bei Adam und Eva, wenn es wirklich um die E-Gitarre geht und vielleicht auch eine kleine Liebeserklärung an das Instrument. Denn wenn man mal so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich an einer E-Gitarre so geil? Und ich weiß, was ich so geil finde an einer Gitarre. Jetzt im Gegensatz zu einem Klavier oder Keyboard von mir aus auch, oder man fasst ja die Saiten mit den Fingern an. Und das ist eine ganz, ganz besondere Verbindung, weil man natürlich mit den Fingern und mit dem Plektrum und überhaupt alles ist sehr sinnlich und berührintensiv, könnte man sagen. Und das macht natürlich alles Sound und Klang. Und das fuchst auch die Leute, wenn sie sagen, ah E-Gitarre, das hat sowas, man kann es anfassen und ein bisschen liebhaben auch. Ich meine, die E-Gitarre, ja, ich meine, warum hat eine E-Gitarre diese Form? Ja, ein bisschen Sexismus auf unserem Kanal. Aber ist natürlich wirklich eine Geschichte, die wirklich schon jahrhunderteweit geht. Und gerade wenn man so überlegt, Gitarre, oft ist es so, dass die Leute reinkommen in den Laden und sagen, ich möchte gerne eine normale Gitarre. Und da gehe ich mir so, was ist eine normale Gitarre? Und eine normale Gitarre ist in der Regel ja so eine klassische Nylongitarre. Und die sehen ja, wenn ich rübergehe zu unseren Akustik-Gitarren oder Leidon oder klassischen Gitarren, sieht es da ja oft ein bisschen farblos aus. Ich meine, natürlich gibt es unterschiedliche Modelle und unterschiedliche Qualitäten, aber alle Gitarren sind erstmal gleich. Ähnlich ist es auch bei Western-Gitarren, das sind zwar mit Stahlseiten beseitigt, natürlich, klar, klingen auch ein bisschen anders, gibt es ein paar Modelle, ein paar Hersteller, die sich auch hervortun. Es gibt ein bisschen mehr Modellvielfalt, auch ein bisschen mehr Spielerei mit Elektronik, aber so wie bei der E-Gitarre ist es natürlich nicht. Und gerade wenn ich jetzt am Telefon auch mal eine Beratung mache oder Leute anrufe und sagen, ich will die E-Gitarre spielen und sowas, dann ist natürlich für mich als derjenige, der das Ganze so ein bisschen steuert dann oder steuern soll, Leute wollen ja auch die Beratung haben und so, komm, sag mir mal, was los ist, Olli. Gar nicht so ganz einfach, wenn ich gar nichts über den Kunden weiß oder wenn man so ein bisschen im Trüben stochert und dann gibt es so ein paar Punkte, die ich so ein bisschen durchgehe und das macht es natürlich auch sehr, sehr interessant für euch jetzt in unserer Videoreihe die Starthilfe, dass man mal so ein bisschen wirklich ganz, ganz unten anfängt. Ja, ganz, ganz unten. Ich habe heute mal verschiedene Gitarren ins Videostudio geholt, stehen alle neben mir. Ich zeige es euch gleich noch im Einzelnen. Und mache heute mal was, was ich, soweit ich mich erinnere, noch nie gemacht habe. Einfach mal verschiedene Gitarren, verschiedene Typs über gleiche Verstärkereinstellungen so ein bisschen zu zeigen. Oft ist es ja so, dass ich natürlich eine Gitarre oder eine Gitarrenserie im Video zeige und dann natürlich erstmal alles auf diese Gitarre einstelle, auch meine Spielweise natürlich oder auch den Amp und man kann natürlich, und da wird es auch wieder gleich interessant, mit der E-Gitarre Klang erzeugen und auch mit Verstärkerklang erzeugen oder mit Effektenklang erzeugen, mit Verzerrungklang erzeugen, mit Pickupsklang erzeugen, mit Hölzernklang erzeugen. Ihr seht schon, das ist eine ziemlich große Geschichte und unterscheidet sich wirklich in einem oder in vielen Punkten von einer klassischen oder von einer Western-Gitarre. Bei einer klassischen Gitarre habe ich den Vorteil, ich kaufe mir die Gitarre, ich mache meine Nahrungseiten drauf, alles, was ich tun muss, ist stimmen und richtig spielen. Und der Klang kommt ganz alleine von der Gitarre. Und da gibt es auch keine Diskussion, die klingt einfach so oder vielleicht ein bisschen voller, ein bisschen leiser, ein bisschen lauter, ein bisschen ausgeglichener, teuer, billig, wie auch immer, aber mit der E-Gitarre ist es natürlich so, dass ich unfassbar viele Soundvorbilder auch habe und Referenzen habe und Motivationen habe und Möglichkeiten habe durch verschiedene Gitarren, dass einem schon ein bisschen schwindelig werden kann, was so die Auswahl angeht. Und ich erinnere mich wirklich an viele Gespräche und oft ist es so, dass die Leute reinkommen und sagen, sie wollen einfach nur E-Gitarre spielen. Und dann frage ich so, hast du denn schon dir ein paar angeschaut? Nein. Ich so, okay, was hörst du denn von Musik? Ja, Radio. Gibt es irgendwelche Bands? Nö. Oder gibt es irgendwelche Gitarristen? Nö. Ja, weiß nicht. Und dann muss man so ein bisschen bohren und schauen und so weiter. Und ihr seht schon, worauf ich anspiele. Es geht immer so um Referenzen, ja, es geht um Bands, um Style auch, ja. Also ich spreche oft vom Metal-Schlumpf mit schwarzen Fingernägeln, der zu uns reinkommt mit seinen Eltern samstags und sich seine erste Les Paul holt und so weiter. Und ihr seht schon, dann geht es ganz klar auch, dass die Jungs und Mädels stramm stehen und sagen, ich will den Les Paul oder ich will den Stratt. Und natürlich gibt es nicht nur Les Pauls und Stratt, aber ich ordne das Ganze natürlich gerne auch historisch. Ja, das heißt, es geht ja darum, dass man so ein bisschen schaut, wo kommt eigentlich alles her. Und man kann schon durch die Historie und die Herleitung der verschiedenen Modelle auch viel lernen. Vor allen Dingen, was sind denn die Dinge, die bei einer E-Gitarre wirklich allgemeingültig sind. Ja, es gibt natürlich viele Unterschiede, aber es gibt auch so ein paar Gemeinsamkeiten. Ja, und alle, oder alle E-Gitarren, bis auf wenige Ausnahmen, ich meine, wenn es Ausnahmen gibt, gibt es auch Regelmäßigkeiten und die Regelmäßigkeiten bei E-Gitarren sind natürlich erstmal so, es gibt sechs Seiten auf einer Gitarre, das ist klar. Es gibt ein Griffbrett mit Bünden in einer unterschiedlichen Anzahl. Die hat jetzt 24 Bünde, eine Stratt hat gerne mal 21 Bünde, eine Les Paul. Hat gerne mal 22 Bünde, ja. Dann geht es natürlich um die Frage, welche Tonabnehmer habe ich an Bord, ja. Und da gibt es einen ganz, 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 ganz grundlegenden Unterschied zwischen zwei Gitarrenmodellen. Oder ich mache es mal so, ich lege mal die PAS zur Seite, die kommt nämlich historisch ein bisschen später. Ich fange wirklich mal ganz, ganz früh an. Ich habe hier mal zwei Vertreter der wichtigsten E-Gitarrentypen überhaupt gewählt. Und ich habe jetzt mal generell auch ins mittlere Regal gegriffen, also nicht ins teuerste, natürlich mache ich das auch sehr gerne. Aber auch nicht ins unterste, sondern wir reden hier von Gitarren zwischen irgendwie, was habe ich mir jetzt heute mal zurecht geholt, zwischen 400 und 700 oder 800 Euro pro Stück. Und hier habe ich es zu tun mit einer Les Paul und mit einer Stratt, ja. Und wenn man beide Gitarren mal vergleicht, gibt es natürlich ein paar Gemeinsamkeiten. Es geht immer natürlich um die sechs Seiten, das ist klar. Aber zum Beispiel hat eine Stratt ein Vibrato-System, mit dem ich die Seitenspannung verändern kann. Das heißt, es ist nicht so, viele denken auch, man kann damit den Ton verzerren. Weil natürlich in dem Moment, wenn Jimi Hendrix am Hebel gezogen hat, natürlich auch die Seite gejault hat. Aber das ist natürlich, das hat nichts mit Verzerrung zu tun, dieser Hebel. Es geht eher darum, dass man ein leichtes Vibrato auf die Seiten macht. Ist natürlich strattypisch und es gibt drei Single Coils, die über den Fünfweg-Schalter geschaltet werden. Das heißt, ich kann zwischen verschiedenen Tonabnehmer wählen. Hier sind es mal drei und bei der Les Paul sind es halt mal zwei und es wird hier oben umgeschaltet. Also ihr seht, es ist relativ klar, jede E-Gitarre hat einen Pickup-Wahlschalter, wenn sie denn mehrere Pickups hat. Und jede E-Gitarre hat verschiedene Pickups. Entweder Single Coils oder Humbucker. Darauf kann man sich auch verständigen. Und jede E-Gitarre hat verschiedene Regler. Also jede E-Gitarre hat auf jeden Fall einen Volumenregler. Hier ist es halt Volumen, Volumen, Ton, Ton. Und mit der Tonblende kann man zum Beispiel, wo ist mein Kabel, die Gitarre ein bisschen dumpfer machen. Ich bin jetzt hier noch im Verzerrten. Ich gehe mal eine Stufe runter, wenn ich jetzt bei der Strat bin zum Beispiel. Und ich habe einen ziemlich klaren Gitarrenton. Und ich kann mit der Tonblende natürlich die Gitarre dumpf machen. Und ihr seht schon, sobald ich die Gitarre dumpf stelle oder den Verstärker dumpf stelle, ändert sich auch mein Spielstil. Und deswegen ist es natürlich so wichtig, dass man sich beim Gitarre aussuchen, ein bisschen an dem, oder nee, nicht ein bisschen, grundlegend daran orientiert, was will ich denn spielen. Denn, wenn ich jetzt beispielsweise mal Metal-Axt nehme mit zwei Hambuckern und einem Floyd-Row-System, dazu sage ich gleich noch mehr, und gehe auf meinen super High-Gang-Kanal. Und dann ist es das. Und dann ist es Sch Halloween. Und dann ist es los, dann geht es gut an. Und dann ist es gut. Und dann ist es so, weil ich glaube, dass du einen Zazzmack in diesem Fall war. Und dann haben wir es wieder auf den Zazzmack. Und dann will ich die Zazzmack. Und dann ist es gut. Ich mache das, weil wir jetzt auch auf den Zazzmack, die sind ja auch schön. Und dann ist es richtig gut. Und dann ist es auch hier ein, die Zazzmack. Und dann ist sie nicht так gut. Und dann ist es wirklichrealig. Und dann ist das so, weil ich jetzt auch ein bisschen Après-Dachswechsel. Und macht das mal wirklich mit einer Stratt, ja, genau das gleiche, selber Amp, selber Sound, ja, da werdet ihr natürlich hören, einmal brummt die Gitarre, ja. Ja, die Gitarre brummt natürlich erstmal und hat natürlich nicht den Druck oder diese Breitbandigkeit von Hamburgern, ja. Und dieses Beispiel zeigt euch natürlich auch schon, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass man sich die Gitarre gut aussucht, ne. Also wenn ich jetzt eher diese Metal-Schiene bediene oder Rock-Schiene bediene, dann kann ich ruhig dort gucken, wo meine Vorbilder auch Gitarre spielen, ne. Also gerade eine Stratt, und dazu zählt jetzt mal dieses Fender-Beispiel oder auch eine Telecaster oder alles, was von Fender kommt oder auch von anderen Herstellern kommt, was mit Single-Calls ausgestattet ist, hat folgenden Vorteil. Es klingt einfach clean, Mörderklasse, ja. Musik Musik Ja, und wenn ich das gleiche mal mache, zum Beispiel mit einer Gitarre, die wie nichts anderes für Hambacher und breiten Rock-Sound steht, ja, dann klingt das komplett anders, ja. Musik Ja, und ihr merkt schon, das passt nicht mehr so gut in mein Spiel-Beispiel, ne. Aber wenn ich jetzt sage, komm, geh mal auf Klassik-Rock-Sachen, ja, alles, was man so von AC-DC kennt, ja, geh ich einfach mal, ähm, ich kann sogar den Kanal so lassen und kann einfach meine Spielweise ändern, ja. Musik Ja, und ihr hört schon, die Gitarre klingt wesentlich fetter und weicher. Das hat zu tun mit der Elektronik und auch mit der Holzwahl oder Holzauswahl, ähm, mit dem ganzen Gitarrenaufbau. Denn es gibt einen wirklich großen Unterschied, ähm, wenn ich jetzt nochmal anfange, hier, es gibt, gibt's Margoni als Bodyholz und auch Margoni-Hals und vor allen Dingen auch eine eingeleimte Konstruktion. Und bei Fender ist es halt die Erde und der Mapleneck, der angeschraubt ist, ja. Und generell kann man die Gitarren wirklich auch schon in, äh, Bolt-On-Modelle unterteilen, ja, oder in Set-Neck- oder sogar Neck-Through-Modelle unterteilen, ne. Also das hat, die hat jetzt einen eingeleimten Hals. Man sagt, und das ist auch nicht ganz falsch, dass Gitarren mit einem eingeleimten Hals, ähm, ein besseres Sustain haben. Und man sagt, dass Gitarren mit einem angeschraubten Hals ein besseres Attack haben, ja. Ja, und das, was es jetzt halt vielleicht auch ein bisschen schwieriger macht, ist, es gibt natürlich alle möglichen Zwischenkombinationen, ja. Es gibt zum Beispiel, ähm, wenn ich mal mir so einen Hybriden anschaue, was wir auch wirklich sehr, sehr gerne verkaufen als, äh, als Anfänger-Idee, sag ich mal, zum Beispiel eine Ibanez, ja. Hier eine RGA, ähm, die mit Hamburgern kommt, also das, was ihr jetzt gerade gehört habt, im Classic-Rock-Bereich, ja. Ja, ich mach gerade nochmal das Riff von eben klar. Aber ich kann trotzdem jetzt, ähm, durch eine raffinierte Schaltung, die nämlich mir aus den Hamburgern Fender-ähnliche Single-Cold-Pickups zusammenbaut oder zusammenschaltet, so ähnlich spielen, wie mit der Stratt vorhin. Ja, und das macht's ziemlich geil. wenn ich dann so eine flexible Gitarre habe, die irgendwie beides bedient, natürlich ist jetzt der Mojo einer Stratt oder einer Les Paul ist natürlich grenzenlos, weil es gibt dermaßen viele Vorbilder und dermaßen viele Gitarristen, die diese Originale spielen und irgendwie will man ja auch so ein bisschen hinterher eifern und bestimmte Geschichten oder bestimmte Soundideen gehen auch nur so. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt mal irgendetwas im Sinn habe, wie Jimi Hendrix oder Steven Ravon und ich stehe auf diesen gurgeligen, leicht perligen hohlen Strattton und versuche so eine Art Riff zu spielen. Ja, dann komme ich mit einer mit einer moderneren Gitarre natürlich ein bisschen in die Richtung, aber sobald ich einfach jetzt mal den Amp so eingestellt lasse und ich gehe auf die Strattton und schon hat man dieses bekannte Geräusch, was man so einem bestimmten Gitarrentyp ein bisschen zuordnet. Ja und natürlich gilt das für alle möglichen Beispiele. Es gilt für Metallica Riffs, es gilt für irgendwelche Dive Stratt-Geschichten, Guns N' Roses, was auch immer mir jetzt einfällt, um es euch zu erklären. Aber das ist, wenn ich jetzt wieder einfach auf meinen cleanen Sound gehe und schon bin ich bei... Ja, also endlos. Ich meine, GEMA ruft schon, ich darf ja nichts spielen, das wisst ihr ja. Aber natürlich, oder hier, hier. Ja, also sofort sind die Vorbilder da, wenn man die richtige Gitarre hat, ja. Das heißt, wenn ihr natürlich bei uns auf der Seite seid und schaut euch mal um, welche Modelle, dann lasst euch ruhig leiten von den Geschichten, die ihr liebt und welche Vorbilder ihr natürlich auch verehrt. Oder bei mir, mein Gott, ich habe es ja schon tausendmal gesagt, Angus Young, ACDC, mein ganzes Kinderzimmer war voll von Bravo Fotos, äh, Bravo Postern, ähm, ähm, wo er seinen Schweiß auf die ersten 20 Reihen geschüttet hat. Ich fand das so geil und das ist ja klar. Jeder hat so, jede Generation hat so, hat so Vorbilder. Und, ähm, natürlich, ähm, will man dann auch mal in die Richtung gehen. Und, aber was, was natürlich auch oft vorkommt, ist, dass Leute sich dann abreagieren, äh, in ihrer Metallica, äh, in ihrer Metallica-Phase und dann irgendwann sagen, oh, ich hab so Chitty Peppers gehört und was, irgendwie geht das nicht mit meiner Ibanez und so weiter, ne. Also, jede E-Gitarre hat natürlich ihren eigenen Sound und ihren eigenen Stil, ja. Und, ähm, vielleicht eine Sache noch, es gibt natürlich auch verschiedene Mensuren, sagt man, also, also, also Längen, ähm, als Mensur bezeichnet man praktisch die Länge zwischen, äh, äh, Brücke und Sattel, ja. Bei einer Stratt ist das ein bisschen weiter als zum Beispiel bei einer Les Paul. Deswegen ist es ein bisschen einfacher, ähm, auf einer Les Paul weite Griffe zu, ähm, zu spielen oder weite, weite Leitern zu spielen, weil die, ähm, Mensur, also der Abstand zwischen Brücke und Sattel etwas kleiner ist. Das ist nicht viel, aber ein ganz kleines Stückchen. Und, ähm, ähm, ne, Les Paul klingt auch deswegen ein bisschen wärmer, ne, also auch ein bisschen tutiger, wenn man so will. ... ... ... ... ... Ja, sofort bin ich in diesem Blues, BB King, was weiß ich. Aber man merkt schon, man spielt anders, wenn man eine bestimmte Gitarre hat. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man sich überlegt, was will ich spielen. Und ich finde gerade als Anfänger, oder wenn ihr jetzt ganz, ganz früh unterwegs seid, finde ich Single-Call-Gitarren ein Tuck besser, weil sie für Akkordspiel ein bisschen besser auflösen. Also gerade wenn ich jetzt nochmal diese, hier, und mache das nochmal mit meiner Fender, dann ist es so, dass natürlich diese Auflösung durch die Single-Coils, die eine klare Wiedergabe ermöglichen, und auch durch diese raffinierte Zwischenposition-Schaltung bei Fender natürlich, das ist... Deswegen ist Fender natürlich auch sehr, sehr beliebt und funktioniert klasse. Und PAS, zum Beispiel, habe ich auch sehr oft in unseren Videos, wenn es um PAS-Gitarren geht, erzählt. Paul Reed hat damals schon versucht, beides aus beiden Welten irgendwie in eine Gitarre zu bekommen. Ja, und ihr seht schon, die gemaserte Decke ist irgendwie von einer Les Paul übernommen, könnte man sagen. Das Vibrato ist von einer Fender übernommen. Die Humbucker sind von einer, ich sag mal, Gipsen übernommen, könnte man sagen, aber die raffinierte Schaltung über die Single-Coils, dass ich hier auch clean schön... Ich sag mal, Gipsen übernommen, könnte man sagen, Ja, und jetzt, jetzt, so die Findigen unter euch haben schon gemerkt, ich habe wieder umgeschaltet. Also, es gibt wirklich einen Punkt, oder es gibt natürlich einen Bereich, wo jede E-Gitarre natürlich ihre Features hat und wo man auch versuchen kann, das Ganze anzuwärmen oder auch glasiger zu machen. Und das ist natürlich der Teil, der von der Gitarre kommt. Und natürlich die Spielweise, die ihr euch vorstellt. Und ich meine, das ist ja gewissermaßen euer Ding, was wir hier machen. Also, wenn ich hier sitze und mir den Kopf zerbreche, wie bringe ich denn verschiedene Serien wirklich mal unter einen Hut, schreibt doch einfach mal unter das Video, wie ihr das sortiert. Oder was war eure erste E-Gitarre? Das ist eigentlich der Punkt, ne? Also, manchmal kommt ja eine Gitarre zu einem irgendwie, die man einfach schön findet. Und ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gern an... Ein kleiner Junge war es gar nicht, wie alt wird der gewesen sein? 13, 14. Und wollte auch, dass ich mit ihm zusammen eine E-Gitarre aussuche. Und ich habe dann einfach mal in die Spiels umgedreht. Ich habe gesagt, wir machen es mal so. Du gehst mal rum, schaust mal auf die Preisschilder, weil das ist natürlich schon eine Frage, wie kann man das Ganze budgetieren. Und such doch mal du eine Gitarre aus, die du gut findest. Und ich sage dir dann mal, was die kann oder was die nicht kann. Und er kam an mit einer knallblauen, gemaserten Chavelle-Teele mit Mapleneck. Ich so, wow. Da hat er mich richtig überrascht. Und ich hatte, coole Junge, geil, geile Gitarre. Weißt du, dass das eine Chavelle ist? Er so, nö, keine Ahnung. Hat ihm einfach gefallen. Und das ist natürlich ein Punkt, der bei E-Gitarren ganz, ganz, ganz entscheidend ist. Die Optik und der Style. Ich meine, natürlich haben wir früher die Scheiben geleckt, wenn da eine Les Paul Custom irgendwo in dem Gitarrenladen hängt. Eine schwarze Les Paul Custom mit goldener Hardware. Oder es gibt so wichtige Klassiker, die wirklich über die Jahrzehnte immer noch erregen. Und natürlich will man sich dann auch einen Traum erfüllen. Oder ich kaufe mir jetzt mal eine Stratt oder ich kaufe mir jetzt mal eine Metal-Axt. Sind wir nochmal bei der Jackson. Die natürlich Stylo, also ich meine, das hat nichts zu tun mit, also vom, allein schon, ne. Das eine ist sehr, sehr konservativ und sehr klassisch. Und das ist halt Rock'n'Roll. Ja, so, so soll es sein und das soll natürlich auch polarisieren. Ich meine, schaut euch mal Steel Panther an. Ja, so eine geile Band, so ein geiler Guitarist und er würde genau so in die Gitarre zocken. Ja, ich meine, es gibt natürlich verschiedene Marken. Das ist jetzt Jackson. Es gibt noch Chavelle, es gibt ESP, es gibt Kramer. Alles natürlich Marken, die dann in eine bestimmte Richtung gehen. Und vor allen Dingen eine Sache oft auch haben, das ist ein Floyd-Rose-System. Das heißt, ihr könnt eine Sache beim Floyd-Rose wirklich supergut machen. Das heißt, ihr könnt eine Sache beim Floyd-Rose wirklich supergut machen. Und wenn ich damit fertig bin, wenn ich alle zu Tode genervt habe, ist die Gitarre immer noch gestimmt. Das ist natürlich klasse, ja. Weil natürlich beim Floyd-Rose-System die Seiten abgeschlossen werden. Das heißt, die Seite kann überhaupt nirgendwo hin. Das heißt, ich habe es hier zu tun mit einem Doppel-Locking-Tremolo, könnte man sagen. Die Mechaniken sind hier oben natürlich klar und die Gitarre ist einfach zu. Und natürlich ist es so, dass man sich überlegen muss, will ich ein Vibrato oder nicht. Denn, das ist die nächste Kategorie, um die es bei der E-Gitarren-Sortierung gehen muss, will ich eine Gitarre mit Vibrato oder nicht. Ja, denn die PHS zum Beispiel hat natürlich ein Vibrato, ganz klar. Kein Vibrator, ein Vibrato. Und lässt sich natürlich dann auch im Stile eines Vibratos spielen. Wenn ich das nicht habe, ja, habe ich eine sogenannte Fixed Bridge. Und da haben wir es hier natürlich bei der Ibanez damit zu tun. Und ihr seht auch, die Seiten werden einfach durch den Body gezogen. Das ist reine Geschmackssache. Ja, ihr könnt vielleicht als Hinweis einfach überlegen, will ich mit Vibrato spielen, möchte ich diesen Wubu-Bläh-Sound haben oder nicht. Und danach sortiert es sich natürlich auch. Oder klassischerweise, wenn ich ein Les Paul wähle oder ein Les Paul-Andes Modell wähle, die haben natürlich von Grund auf erstmal ein Stop-Tail-Piece. Und dadurch ist natürlich auch der Sound etwas anderer als von einem Floyd Rose. Aber, und jetzt kommt es, deswegen ist es ja so geil, wenn man vielleicht auch mehrere Gitarren hat. Und das ist genau das Spiel, worum es dann irgendwann auch längerfristig geht, dass man sich überlegt, ach komm, dies und jenes und jede Gitarre steht so ein bisschen für was. Und das ist natürlich dann der Ausblick nach ganz weit hinten. Aber gerade, wenn man am Anfang steht und für die Anfänger oder für die Neustarter oder Newbies ist natürlich auch unsere Videoreihe gedacht, ist natürlich die Auswahl am Anfang sehr, sehr wichtig. Ich habe ja schon gesagt, die Starthilfe ist eine Videoreihe, die wir für euch machen. Und natürlich könnt ihr auch über unsere Session-App, wo habe ich es denn, Session-App, da ist es schon. Genau, und da haben wir natürlich alles schon für euch vorsitiert, Gitarrenbässe und vor allen Dingen auch Ratgeber. Das heißt, in dem Moment seht ihr, ah, da geht es um Gitarren zu den Ratgebern, der Markus hier zu sehen. Oder ich auch ab und zu mal geht es um Effekte, Ollis Starthilfe, Effektpedale, aber wie viele. Ja, heute ist ja Ollis Gitarrenhilfe. Natürlich auch welche Amps, das ist wirklich eine super Geschichte, um sich ein bisschen zu orientieren. Wie gesagt, das ist euer Kanal und schreibt mir ruhig mal unter das Video, was ihr davon haltet oder was ich auch vielleicht vergessen habe. Und vielleicht mache ich ja nochmal ein Follow-up mit anderen Gitarren, aber ich denke mal, erst mal umrissen haben wir es eigentlich ganz gut. Jo, da sind wir schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute fünf verschiedene Vertreter von E-Gitarren gezeigt, wenn es darum geht, E-Gitarre, aber welche. Es geht natürlich bei Ollis Starthilfe immer darum, dass ihr euch gut beraten fühlt. Das heißt, schreibt euch in die Kommentare, schaut bei Facebook, schaut bei Instagram, wir sind für euch da. Mir hat Spaß gemacht. Tschüss.